Forever love is great and done, forever you will. Nur noch am Kläffen? Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde von GTA 5 Online im Modus Deadline. Wieder mit dabei, wie immer, der Yannick und der Steven. Ich habe gerade hier schon ein bisschen nachfragt. Ja, jetzt muss ich überlegen. Kevin, Steven, wie heißt er denn jetzt? Weißt du, Hauptsache, vier Spieler im Modus, also zwei bis vier Spieler und da joint direkt einer. Ja, hat er wieder verlassen. Egal, aber trotzdem, wirklich echt. Bei meiner Modus haben wir einen Stunden Map gesucht, ey. Nein, warum bin ich denn pink? Ach, ich bin wieder orange, Alter, das läuft ja wieder hier, Digga. Dann ist blau. Lila, wenn ich bitten darf. Nee! Okay. Dann wollen wir euch mal abziehen hier. Aber auf der wahrscheinlich geilsten Map in diesem Modus, finde ich. Die kenn ich doch gar nicht, oder? Doch, klar. Janik, bitte, dich, mein Gott. Kontenance, ladies, Kontenance. Das war's, Ulti, Alter. Hat er ihn direkt erst mal aus dem Leben geschossen. Steven, ich bitte dich. Kontenance. Fick dich! Ach, komm. Er macht Selbstmord. Ja, ich konnte... Genau deswegen. Ich konnte dich wehren, als im Scheiß-Container vorbeifahren. Das musst du halt mit Skill machen, ne? Gim, 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 gim. Ja, du mich jetzt noch mal machst, dann bring dich umwirklich. Ja, nee, komm hier. Vor allem, wie das ist heute, was? Ja, das will ich jetzt auch sagen. Du warst halt für Scheiße mit reingefahren. Ja, halt. Ja, nee, komm hier, ey. Nein, Spaß, alles gut. Spacko. Es ist wieder zu geil. Pick dich, echt. Das muss ich selbst sagen. Was ist denn los mit dir? Ich hab mich grad voll auf die Handik eingeschossen, irgendwie. Alter, ich lass mir gleich los, ey. Ich kann nicht sehr sehen. Geh doch mal auf den anderen Bastard, Mann. Ja, ich weiß nicht, wo der ist, ich seh den nie. Ja, dann fahr zu ihm. Ja, da ist er ja. Ja, siehste, das kommt dabei raus. Ah, ist doch gut so. Nee. Oh Gott, ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Ja, voll lachen. Blindspot. Und da ist er wieder down. Ah, diesmal war ich's nicht. Ja, ja. What? It's a me. Ich hab grad wirklich mehr Glück als Verstand. Ja, der kommt da raus. Easy. Ja, ja. Hab ich's ihm ja nicht mal schwer gemacht. Ich bin raus aus dem Grunde hier. Es gibt's doch nicht, ey. Wirklich. LOL. Wie du beim F1 wirklich voll durch die Linie gefahren bist. Konnt das denn jetzt passieren, Mann? Was war das? You're so bad, my friend. Ach, der fährt heute aber auch gut, der Junge, ey. Ah, ne? Kann man schon mal sagen. Der zockt wahrscheinlich grad gar nicht, sondern irgend so'n Postkler, den er so engagiert hat. So'n Südkoreaner oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Hauptsache Südkoreaner. Warum kein Nordkoreaner? Ja, die dürfen doch nicht über die Grenze. Scheiße. Ich bin ja auch nur am Mikro. Ich überspiele das ja alles so. Also, ich bin gar nicht im Game drin. Ich gucke nur zu. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Ah, okay. Da konnte ich nicht ausweichen. Sie sind gut. Nein, was ich mach... Was machen Sachen? Ja, das war jetzt aber... Da kann man sich mal rück... Da kann man sich mal rückverfolgen, wie du gestorben bist. Das war schlecht, war das von mir. Ah, komm. Hätte ich den Bus gezündet, wär ich selbst gestorben. So ein Reis wollte ich lieber. Ja, dieser Reis, ey. Reis. So ein dreckiger Reis. Leckiger Leis. Oh, den Sohn. Wir wollen jetzt auch nicht rassistisch reden. Okay. Ja, ne. Hyperventiliert wieder richtig hart, weil er verloren hat. Weil er verloren hat. Irgendwann hässlichen Lachen nachmachen. Kann einfach mal nix Lachen nachgemacht. Ah. Viel zu viel Platz. Ah, der Turm ist am Gewinn, ey. Ach, ne. Du hast die Erlaubnis zu töten. Hast du den Bus? Ja. Ach so. Und selbst wenn, ich bin in die Innenkorbe gefallen, also theoretisch. Theoretisch. Aber ich glaube, solche Gesetze der Physik gibt es hier, geht ja auch nicht. Nee. Oh, das war knapp. Ja, hab ich mich noch... Oh, um Gottes Willen. Na, nice. Sogar mit normaler, ohne Verlängerung. Ich gucke auch viel mehr von Favori-Container. Geh, geh. Oh, Junge. 1-6, ne. 1 Kill, 6 Tote. Der Boss. Ja, aber ich hab dich aber echt... Mir ist penetriert am Anfang. Du bist ja jetzt nur zu mir gefahren, ey. Ja, aber nicht mehr mit Absicht. Du warst einfach andauernd da. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich weiß doch, dass du auf mich stehst, Jan Heck. Ist okay. Ich bin einfach so anziehend für dich. Ja, genau. Wenn der mich jetzt als erstes killt, ne? Jo, ne, ja. Welche Farbe warst du nochmal? Pink. Ich hab den Bus nicht gekriegt. Ich auch nicht. Da war jetzt die Gear größer als eventuell der Verstand. Nein! Oh! Ach, wie er richtig durch die Ecke geglitscht. Das war gut, Janik. Da hast du... Das war gut, Janik. Der hat zum Kegelbeeren. Ich meinte, irgendwie... War nicht so ganz da. Ja, du warst noch nicht arbeiten, Alter. Das fehlt noch. Da hat er noch keinen Rammstein den ganzen Tag an der Arbeit gehört. Ja, nur in der Nachtschicht. Nicht in der Spätschicht einfach. Nein! Wo kommt er denn her? Ja. Das ist ein Puff. Was? Oh, Alter, der Apo. Ey, das war der Apo-Fass. Das war der andere Apo. Ja, das ist ein bisschen verwirrt. Diesmal nicht Apo-Red. Ach, ihr Judenkinder. Ist das gegen Juden oder was? Nein. Das sind mir die liebsten Heizmittel. Ich kriege hier keine Busse ab in der Runde. Tja, schlecht, wa? Ach, fick dich doch, Mann. Viel zu spät rüber gelenkt. Mann! Mann! Oh, 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 Mann! Was? Das ist nicht meine Runde gerade. Richtig schlecht. So wie immer halt. Du meinst, du hast den Koreaner mal nicht spielen lassen? Alter, wie er absnackt, ne? Ne, ich hab... Ha! Du Spaß! Ja. Aber erst rumheulen. Schade. Ja, ich krieg dich nicht auf. Du hast aber noch mehr Leben als Steven. Aber... Du hast... Nein! Fünf! Beruhig dich! Peter, bleib ruhig! Das sieht aus, wirklich. Ich schmeiß hier alles weg. Alles! Alles! Nein, nein, nein! Das reicht! Ich hab so einen hässlichen Jump, den will ich nicht. Das war... Ein Leben hab ich noch. Eins hast du noch. Überhaupt nicht meine Runde. Da kannst du Steven noch richtig schön fit fertig machen mit dem einen Leben. Besser als... Besser als kein Leben. Überhaupt nicht eine Runde. Ach, gib mir doch mal nur einen Rust. Der Sprung ist so schlecht, ey. Ja, eben, deswegen. Ich will auch keinen Flinsprung auch nicht haben, ey. Äh, 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 äh. Ock, 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 ock. Choke me. Choke me! Choke me! Choke mich hart und hit mich wie für Car! Neneeneeneeneeneeneeneeneenee... das war tagteam alter schon wieder weißt du gebremst und gleichzeitig linken stick reingedrückt was passiert ich werde schneller statt zu bremsen ich hab ich hab ich hab also was ich wollte bremsen alter hört zu wenn jemand spricht komm jawohl ich gucke dir zu lol jetzt bist du gefickt nein oder lol da war der amper am ende packt er dann den skill aus das war geil das war geil oh der zappel philip ey gott so muss das war viele namen anzeigen hurensohn alles klar wir können den neuen kevin begrüßen cuts da ist der redux der kevin der graf also haut rein bis zum nächsten mal tschüss Lu tschüss Lu wykon wykon actions position ков